Könnte es sein, dass Harry die Illusion aufrecht erhalten möchte, dass er das Vereinigte Königreich nur mit einem vom Innenministerium finanzierten Sicherheitsdruck besuchen kann und nicht auf eine Reise gehen kann, die er auch anders machen könnte? Prinz Harrys unerwartetes Erscheinen bei der Trauerfeier für den Schwager seiner verstorbenen Mutter, Lord Robert Fellous, am Donnerstag könnte als Zeichen einer Versöhnung zwischen ihm und seinem Bruder, Prinz William, erscheinen. Aber der Herzog von Sussex schien diese Versöhnung geheim halten zu wollen. Warum? Könnte es sein, dass Harry die Illusion aufrecht erhalten möchte, dass er das Vereinigte Königreich nur mit einem vom Innenministerium finanzierten Sicherheitsdruck besuchen kann und nicht auf eine Reise gehen kann, die er auch anders machen könnte? Quellen aus dem Umfeld des Herzogs von Sussex haben zuvor behauptet, dass er gerne mehr Zeit im Vereinigten Königreich verbringen würde, aber die Anforderung, seine Ankunft 28 Tage im Voraus anzukündigen, war ein erhebliches Hindernis. Diese logistische Herausforderung scheint jedoch mehr als nur eine Unannehmlichkeit zu sein. Es scheint, dass Harry seine Sicherheitsbedenken als Werkzeug nutzt, um seine Beziehung zur königlichen Familie zu manipulieren, insbesondere nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst der königlichen Familie im Jahr 2020. Harrys Beschwerden über Sicherheitsbeschränkungen sind gut dokumentiert, aber es ist wichtig zu erkennen, wie er diese Bedenken als bequeme Ausrede benutzt hat, um seine Abwesenheit aus dem Vereinigten Königreich zu rechtfertigen, und was noch wichtiger ist, als Mittel, um nach seinem Rückzug von den königlichen Pflichten einen Anschein von Wichtigkeit aufrecht zu erhalten. Die Zurückhaltung des Herzogs, manchmal die 28-tägige Kündigungsfrist einzuhalten, die es dem Innenministerium ermöglichen würde, angemessene Sicherheit zu organisieren, zeigt, dass er bereit ist, spontan in das Vereinigte Königreich zu kommen, mit dem Schutz, der zu diesem Zeitpunkt gewährt wird oder nicht. Harry flog nicht nur hinüber, um an der Gedenkfeier seines Onkels teilzunehmen, obwohl in vielen Briefings stand, dass er dies aus Sicherheitsbedenken nicht tun würde, sondern er flog auch sehr kurzfristig in das Vereinigte Königreich, um seinen Vater König Charles zu besuchen, als dieser bekannt gab, dass er Krebs hat. Bei Harrys Sicherheitskampf geht es weniger um Sicherheit als vielmehr darum, die Kontrolle über seine Geschichte zu behalten. Er hat die Mittel, mit seinen eigenen Sicherheitsvorkehrungen nach Großbritannien zu reisen, also warum tut er es nicht? Der Zeitpunkt seines Besuchs in Großbritannien in dieser Woche deutet darauf hin, dass Harry immer noch darauf erpicht ist, seine Bedeutung zu behaupten. Er will den Royals zeigen, dass er vor einem Treffen mit seinem Bruder William nicht zurückschreckt. Beide Brüder hatten im September auch Veranstaltungen in New York geplant, aber es wird nun nicht erwartet, dass sie sich treffen, da William sich entschieden hat, nicht am Earthshot Innovation Summit teilzunehmen, der zur gleichen Zeit wie Harrys Veranstaltungen geplant ist, ein klares Anzeichen dafür, dass ihre Beziehung weiterhin unterkühlt ist. Harrys Auftritt bei Lord Fellows Gedenkgottesdienst in der Nähe des Sandringarmistät der königlichen Familie könnte von manchen als Friedensangebot angesehen werden. Aber angesichts der Vergangenheit zwischen ihm und seinem Bruder wird es einige Zeit dauern, diese Beziehungen wiederherzustellen. Und der offensichtliche Wunsch des Herzogs, seinen Sicherheitskampf fortzusetzen, zeigt sicherlich, dass dies eine sehr öffentliche Show ist, die einen ziemlich epischen fürstlichen Wutanfall ausspielt.